Hallo, willkommen zum heutigen Wissensvideo im Kurs ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement. Ich bin Charlotte von der Studienabteilung Nachhaltigkeitsmanagement und unterstütze euch im Forum sowie erstelle ich auch die Wissensvideos hier für euch. Genau, steigen wir mal ins heutige Thema ein. Ihr habt im Forum einmal gefragt oder habt ihr mal ein Thema angeregt, dass die BewerberInnen, die jetzt auf den Arbeitsmarkt strömen, immer mehr hinterfragen, was so quasi der Sinn oder der Zweck eines Unternehmens ist. Also dass nicht mehr nur Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitregelungen und diese auch sehr wichtigen Dinge eine Rolle spielen, aber dass halt auch immer mehr wichtig wird, welche Mission quasi ein Unternehmen noch so vertritt oder welche Werte. Und da in diesem Wort Werte auch Wert steckt und das ja immer so eine wirtschaftliche, ökonomische Größe ist, dachte ich mir, gehen wir heute mal so ein bisschen auf das Thema Wirtschaft und Nachhaltigkeit ein. Ich mag dieses Zitat von Professor Andreas Irmen aus Luxemburg sehr gern. Prinzipiell kann auf einem Planeten endlicher Größe nichts unendlich groß werden, auch die Wirtschaft nicht. Ja, warum messen wir überhaupt die Wirtschaft an ihrem Wachstum oder was sagt das für uns aus? Warum ist das so eine wichtige Größe? Also meistens wird ja das Wirtschaftswachstum im Bruttoinlandsprodukt abgebildet. Bisher war das einfach der beste Indikator oder der Indikator, den man genutzt hat, um Wohlstand und Lebensqualität der Bevölkerung eines Landes abzubilden. Dabei lässt aber das Wirtschaftswachstum Nachhaltigkeit völlig außer Acht. Es wurden dann noch weitere Konstanten gefunden oder weitere Größen, wie das Naturkapital, das die natürlichen Ressourcen eines Landes ökonomisch bewertet. Als Teil des Naturkapitals, als Unterkategorie, wird dann noch die Biokapazität dargestellt, die die Regenerationsfähigkeit eines Ökosystems definiert. Das heißt so viel, dass die Biokapazität abbildet, wie viele verbrauchte Ressourcen eines Ökosystems erneuert werden können oder halt das Ökosystem selbst erneuert, ebenso wie viele Schadstoffe ein Ökosystem abbauen kann. Da kommen wir dann auch gleich nochmal auf den Earth-Overshoot-Date zu sprechen. Ebenso ist das Wirtschaftswachstum eben nicht nur durch diese natürlichen Grenzen begrenzt, sondern eben auch durch die planetaren Grenzen. Also das sind die ökologischen Grenzen eines Planeten, die jetzt auch immer mehr als Kipppunkte diskutiert wurden in der ganzen Klimakrise, wie zum Beispiel das Abschmelzen von Permafrost oder andere Größen, die eben sehr globale Auswirkungen haben. Das sind einfach diese Grenzen unseres Planeten Erde, die auch durch die begrenzten Ressourcen eben entstehen. Genau. Ja, es zeigt halt einfach nochmal, dass die begrenzten Ressourcen auch das Wirtschaften begrenzen. Also wir können da nicht unendlich wirtschaften. So, jetzt möchte ich nochmal zum Earth-Overshoot-Date kommen. Der wird auch übersetzt mit Welterschöpfungstag oder Erdüberlastungstag und der Welterschöpfungstag zeigt an, dass ab diesem Tag mehr Ressourcen verbraucht werden, als sie natürlich nachwachsen können. Im Moment sind wir da so bei Ende Juli, August. Und genau, es zeigt halt quasi, dass, also man sieht ja an der Grafik von den letzten 50 Jahren, dass der Earth-Overshoot-Day immer früher im Jahr kommt. Das heißt, dass wir immer mehr oder immer schneller die Ressourcen verbrauchen, die eben natürlich nachwachsen können. Und genau, also wir bräuchten im Moment global ungefähr 1,75 Erden, um die Ressourcen quasi, um den Ressourcenverbrauch decken zu können. Das ist auch national unterschiedlich. In der USA liegt der ungefähr bei 6 bis 7 Erden, die gebraucht werden würden. Und in Entwicklungsländern ist das dann meistens ein bisschen weniger, weil die oft auch weniger Ressourcen verbrauchen. Also das hängt natürlich, wie gesagt, wieder von der Wirtschaft ab, die dort dann vorhanden ist. Der Kaffee-Unternehmer Andrea Illy nimmt vor allem die Unternehmen in die Verantwortung. Politik schafft Rahmen für Paradigmenwechsel. Die Wirtschaft müssen als Hauptakteurin vorangehen. Also die Wirtschaft ist da wirklich so eine Schlüsselkomponente, dass einfach nachhaltiges Wirtschaften möglich wird. Also nicht jetzt die Endkonsumenten, wie es uns oft so verkauft wird, sondern eben die UnternehmerInnen selbst. Andrea Illy habe ich in Bezug auf Club of Rome auch gefunden. Der Club of Rome ist eine gemeinnützige Organisation, die vor über 50 Jahren gegründet wurde. Und zwar haben sich da 30 oder Experten und Expertinnen aus 30 Nationen zusammengefunden, um sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit einzusetzen. Sie haben dann auch ziemlich bald eine Zukunftsstudie gestartet. In dieser Studie sollten Szenarien abgebildet und modelliert werden, wie sich die Menschheit in Zukunft entwickeln wird. Und alle Szenarien, unabhängig voneinander, also das wurden wie gesagt verschiedene Szenarien modelliert, und die hatten jetzt kein bestimmtes Ziel. Also es wurde das Ziel offen gehalten. Es sollte einfach geschaut werden, wie gesagt, wie sich das entwickelt. Und alle haben gezeigt, dass das Wirtschaftswachstum oder das Wachstum generell ist begrenzt. Und das war halt ziemlich spannend, dass alle Modelle gesagt haben, so ungefähr zwischen dem Jahr 2020 und 2060, also quasi jetzt in unserer Ära, wird das Wachstum enden. Wie gesagt, das wurde vor 50 Jahren schon festgestellt oder schon so modelliert. Damals hat sich dann auch aufgrund dieser Studie der Club of Rome auf die Fahne geschrieben, so wir setzen uns für die nachhaltige Entwicklung und für den Schutz von Ökosystemen ein. Und bis heute finanzieren sie zum Beispiel, oder ich weiß nicht, ob sie es nur finanzieren oder auch fachlichen Input wahrscheinlich geben, für Innovationsforschung, Zukunftsforschung und generell auf diesen nachhaltigen Gebieten. Jedes Land hat mittlerweile einen Club of Rome und sie sind meist als Verein organisiert. Der Hauptclub of Rome, sage ich mal, der Kernverein hat 100 Mitglieder und die einzelnen Vereine sind dann halt anders organisiert. Also je nach der Nation, jede dieser 30 Mitgliedsnationen hat quasi einen Club. In Österreich heißt er zum Beispiel Club of Vienna, genau. Und in Deutschland heißt er, glaube ich, Gesellschaft für den Club of Rome. Also, ja, deutsche Gesellschaft des Club of Rome. Genau. Also Google, nein, schaut am besten auf Eko's, ja, nicht Google. Ja, genau. Ja, wie gesagt, der Club of Rome schlägt so ein bisschen die Brücke zwischen Wirtschaft und Gesellschaft, sage ich mal. Und hat halt dann auch gezeigt, durch diese Zukunftsstudie, dass nachhaltiges Wirtschaften unabdingbar ist. Und ich möchte mir jetzt nochmal mit euch anschauen, was ist nachhaltiges Unternehmertum, was sind Unternehmenswerte und Purpose-Unternehmen. Das sind so die drei Begriffe, die ich jetzt mit euch nochmal so ein bisschen durchgehen möchte. Bisher wurde eben ökonomischer Erfolg nur an kurzfristigen Kennzahlen gemessen. Wir wissen ja jetzt aber schon, dass das eben kein nachhaltiges Handeln, ja, voraus, oder dass das kein nachhaltiges Handeln dadurch erwartet werden kann. Es ist schon seit vielen Jahren offensichtlich, dass ein neues Unternehmertum gefragt ist. Und es wird auch, es werden dafür eben Rahmenbedingungen geschaffen, wie zum Beispiel die verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichte für größere Unternehmen oder auch Transparenzgesetze, Lieferkettengesetze. Das sind jetzt einfach Rahmenbedingungen, die geschaffen werden. Aber auch die Unternehmen selbst können halt am langfristigen Unternehmenserfolg beitragen. Und zwar kann das halt nur funktionieren, wenn nicht immer nur darauf geschaut wird, dass alle Teilhaber oder Teilhaberinnen ihren Gewinn ausgeschüttet bekommen, sondern es müssen alle Stakeholder mitgedacht werden. Das fängt bei MitarbeiterInnen an, KundInnen, LieferantInnen und alle im Einklang mit der Gesellschaft. Es ist halt wichtig, dass nicht nur der Unternehmenswert entwickelt wird, der ja eben auch dadurch steigt, wenn man Werte definiert und entwickelt, sondern auch die Unternehmenswerte selbst müssen weiterentwickelt werden. Oder generell gibt es bestimmt viele Unternehmen, die erstmal ihre Werte festlegen müssen, also über die Qualitätskriterien hinaus. Und dass die halt wirklich ihren Zweck finden, ihr Motiv, ihre Mission und das dann auch mehr in den Mittelpunkt drücken. Das ist das, was man dann auch Corporate Purpose bezeichnet. Aber damit das dann eben nicht im Greenwashing endet, soll man das halt wirklich, also es sollte dann auch von allen dieser Purpose mitgetragen werden und nicht einfach nur übergestülpt. Also da hat auch, es hat auch ganz viel mit Mitarbeiterbeteiligung zu tun. Und die neuen GründerInnen, sage ich mal, die halt wirklich diesen Sinn und diesen Zweck in das Zentrum ihres Handelns stellen, werden eben auch Purpose-Unternehmen genannt. Purpose-Unternehmen sind wie gesagt die Unternehmen mit Sinn. Das verantwortungsvolle Handeln wirkt sich positiv auf alle Stakeholder aus. Es wird Sinnhaftigkeit über die Wirtschaftlichkeit gestellt. Und die Mission, der Zweck wird in das Zentrum des gesamten unternehmerischen Handelns gestellt. Wie gesagt, hat das halt auch viele Benefits für die MitarbeiterInnen oder ja, einfach für die Beziehung zu den MitarbeiterInnen. Die Zufriedenheit steigt, die Motivation steigt und natürlich auch die Bindung an das Unternehmen, weil die MitarbeiterInnen sich als Teil einer Familie fühlen. Und es gibt da ein paar sehr bekannte Beispiele dafür, zum Beispiel der Ecosia mit ihrem Geschäftsführer Kroll, der sich halt von Anfang an auf die Fahne geschrieben hat, wir pflanzen Bäume. Und es wird alles, das ganze Handeln wird ausgelegt auf, wir pflanzen Bäume. Wir wollen Bäume pflanzen. Und ja, wie soll ich sagen, also das ganze Kapital, der ganze Gewinn dient dem Zweck, Bäume zu pflanzen. Ja, und es gibt halt dann auch noch andere Beispiele wie Einhorn, Signal, Soulbottle, die Crowdfunding-Plattform Startnext, Waschbär, Patagonia war jetzt gerade erst in den Medien, dass sie eben ihren gesamten Gewinn spenden wollen. Also das sind Purpose-Unternehmen, wie man es versteht unter diesem Begriff. Es wird dann nochmal klarer definiert, wie sie sich eben von anderen nachhaltigen oder Sozialunternehmen zum Beispiel unterscheiden. Da komme ich dann auch im nächsten Vortrag nochmal darauf zurück, wie sich das jetzt unterscheidet. Aber für Purpose-Unternehmen ist wichtig zu sagen, dass das Kapital im Unternehmen bleibt und die Gewinne, wie gesagt, nur für den Zweck verwendet werden. Also nicht zur eigenen Bereicherung, sondern zweckgebunden sozusagen. Als Mittel zum Zweck. Also es sollen trotzdem auch natürlich faire Entlohnungen der MitarbeiterInnen und GeschäftsführerInnen soll trotzdem natürlich vorhanden sein. Also, ne, aber die Gewinne, da geht es jetzt rein um die Gewinne. Die sind eben für den Zweck da. Ja, es gibt halt bisher noch keine Rechtsform, die das so abbildet, dass das Kapital wirklich im Unternehmen bleibt. Bisher ist es so, dass das Kapital an einzelne Personen oder Personengruppen gebunden ist. Und es braucht halt da einfach eine neue Rechtsform dafür. Aber wie gesagt, da komme ich dann auch im nächsten Vortrag drauf zu sprechen. Ich wollte nur nochmal sagen, also Purpose ist wirklich da mehr als so, ja wie gesagt, also mehr als eine Aussage, sondern es wird wirklich gelebt. Also es wird zu mehr als eine Arbeitsphilosophie, es wird sogar zur Lebensphilosophie mancher MitarbeiterInnen. So, ich möchte jetzt nur nochmal, dass ihr euch mit nach Hause nehmt, dass eben Wachstum als Wohlstandsindikator für eine Wirtschaft oder für eine Bevölkerung obsolet ist. Denn Wohlstand ist so viel mehr als Lebensqualität. Und eben diese ganzheitliche Betrachtung im Zuge von diesen ganzen SDGs, den Nachhaltigkeitszielen, das ist doch eigentlich das, was Wohlstand und Lebensqualität ausmacht. Das neue Unternehmertum soll unbedingt berücksichtigen, dass die Unternehmenswerte entwickelt werden, definiert, entwickelt, gelebt. Und ich möchte noch gerne euch mitgeben, dass Purpose-Unternehmen zukünftige Vorbilder als zukünftige UnternehmenerInnen quasi dienen. Jetzt möchte ich gerne mal, dass ihr mal überlegt, so was macht euer Unternehmen, in dem ihr arbeitet? Was ist da der Zweck? Was ist da der Purpose? Was ist eure Mission? Habt ihr da eine übergeordnete Idee, die ihr verfolgt, ein Motiv? Und wie könnte man das sonst definieren? Also was könnte so euer Motiv sein, wenn es das noch nicht gibt? Und wie könnten da alle mitgerissen werden bei dem Thema? Da bin ich jetzt schon ganz gespannt und freue mich auch so auf euer Feedback und eure Fragen, sowieso im Forum. Wie gesagt, werde ich da jetzt zu diesem Video nochmal einen zweiten Teil machen, wo wir so ein bisschen auf die neue Unternehmensform eingehen. Da ja einfach Unternehmen da mehr an die Verantwortung genommen werden und viele, gerade die Purpose-UnternehmerInnen, auch mehr Verantwortung haben wollen, nicht nur das Vermögen. So, dann wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Schreibt kräftig eure Fragen ins Forum. Ich freue mich auf euch, dann euch im Forum zu lesen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.